Verbrechen und Strafe – zwei Worte, die sich leicht gemeinsam denken lassen. Aber inwiefern macht es überhaupt Sinn, Verbrechen zu bestrafen? Welche Wirkung erhoffen wir uns von Strafen auf gesellschaftlicher Ebene und was sind ihre tatsächlich nachweisbaren Effekte? Auf Fragen wie diese sucht und findet die Rechtspsychologie Antworten, die sich mit allen Aspekten des Erlebens und Verhaltens beschäftigt, die mit Kriminalität und Gerichten zu tun haben und die man, soweit ich weiß, an acht Unis in Deutschland studieren kann. Strafen sollen eine oder mehrere von drei Funktionen erfüllen. Die erste ist Vergeltung. Ich will es jemandem heimzahlen. Ich will jemanden leiden sehen, der mich leiden gemacht hat. Schlichte Auge um Auge Rache. Die zweite Funktion ist Unfähigmachung. Ich schränke die Freiheit eines anderen Menschen auf eine Art und Weise ein, die es wesentlich unwahrscheinlicher macht, dass er oder sie sich in Zukunft weiterhin destruktiv engagieren kann. Die dritte Funktion von Strafe ist Abschreckung und hier lässt sich nochmal unterteilen in spezifische Abschreckung, die dann erfolgreich ist, wenn die Bestrafung den Täter selbst in einen gesetzestreuen Bürger transformiert und in generelle Abschreckung, die dann erfolgreich ist, wenn das am Täter statuierte Exempel dem Rest der Gesellschaft kräftig die Lust raubt, es dem Täter nachzumachen. Zweifellos erfüllen viele Strafmaßnahmen die Funktionen der Vergeltung und der Unfähigmachung. Aber was ist mit der Abschreckung? Wirken Strafen sich positiv auf zukünftiges kriminelles Verhalten aus? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir den sozialwissenschaftlichen Weg, wir suhlen uns in einen großen Haufen Empirie und schauen, was nachher an uns hängen bleibt. Charles Lloyd, George Mayer und Mike Howe haben ungefähr 18.000 Fälle dahingehend untersucht, ob die Strafart einen Einfluss auf die Rückfallrate hat, also ob eine Methode des Strafens eine bessere spezifische Abschreckungswirkung hat als andere. Einige der Straftäter wurden ins Gefängnis geschickt, andere bekamen Bewährung, wieder andere Bewährung mit Auflagen und dem Rest wurden Sozialstunden verordnet. Gemessen wurde, ob die Straftäter zwei Jahre nach der Urteilsverhängung bzw. nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis rückfällig wurden. Und es stellte sich heraus, dass man die Rückfallrate ziemlich gut mit Hilfe des Alters und der kriminellen Vergangenheit der Täter vorhersagen konnte und dass die Art der Bestrafung kaum einen Einfluss hatte. Paul John Drow und Kollegen wollten wissen, ob die Inhaftierungsdauer deren spezifische Abschreckungsstärke verändert. Sie knöpften sich 23 Studien mit insgesamt fast 70.000 Fällen vor und verglichen die Rückfallrate von Menschen, die circa ein Jahr im Gefängnis verbracht hatten, mit der Rückfallrate von Menschen, die circa zweieinhalb Jahre im Gefängnis verbracht hatten. Ergebnis, von denjenigen, die länger im Gefängnis gewesen waren, wurden 29% rückfällig. Von denjenigen, die für kürzere Zeit im Gefängnis gewesen waren, wurden 26% rückfällig. Was ist mit Strafhärte? Zum Beispiel sehr restriktive Bewährung mit starker Überwachung, da müssen die Leute oft ins Büro kommen und es werden unangekündigte Drogentests durchgeführt. Oder Bootcamps bzw. Shock Incarceration. Das sind beides ähnliche militärartige Institutionen, in denen die Inhaftierten ein rigoroses Programm körperlicher Aktivität mit ganz viel Struktur und verbaler Degradierung durchlaufen, wie man das aus den Filmen kennt. Keine dieser härteren Maßnahmen hat, verglichen mit der ganz normalen Bewährung, einen positiven Effekt auf die Rückfälligkeit. David Huysinger und Kollegen haben über 100.000 Interviews mit Straftätern durchgeführt und fanden dabei heraus, dass erstens die meisten Straftäter auch bei ernstzunehmenden Delikten gar nicht belangt wurden. Zweitens wurden die harten Täter, wenn sie denn gefangen wurden, oft wegen kleinerer Verfehlungen verhaftet, also zum Beispiel könnte ein Mörder für Drogenbesitz eingesackt werden. Und drittens zeigte sich in der Mehrheit der Fälle entweder überhaupt keine Veränderung oder eine Verschlimmerung des Verhaltens im Anschluss an die Verhaftung. Das englische Wort Spotlight heißt Rampenlicht und es gibt einen dazugehörigen Effekt, zu dessen Untersuchung man aus irgendeinem Grunde unbedingt Barry Manilow heranziehen musste. Ich kenne mich selbst ja ziemlich gut und bin mir daher meiner selbst sehr bewusst, wenn irgendetwas an mir ungewöhnlich ist. Dementsprechend habe ich oft das Gefühl, dass anderen Menschen auch prompt meine verschnittene Frisur, meine neue Jacke oder mein pinker Schlüsselanhänger auffallen müssen, weil es für mich so völlig offensichtliche, ja eben, Merkwürdigkeiten sind. Nur ist es so, dass ich nicht der Mittelpunkt aller Welten bin und im Leben anderer Menschen keine so herausragende Rolle spiele, wie ich denke. Das meint der Spotlight-Effekt. Quantifiziert wurde das ursprünglich, indem man einen Studenten in ein Barry Manilow T-Shirt gesteckt und ihn damit in die Uni geschickt hat. Anschließend ließ man ihn schätzen, wie viele seiner Kommilitonen das T-Shirt bemerkt hatten und fragte jeden Kommilitonen, ey sag mal, hast du den Typ mit dem Barry Manilow T-Shirt gesehen? Und die Prozente lagen bei 50 für die Schätzung des Studenten selbst und bei 20 für den Anteil der Kommilitonen, die das T-Shirt tatsächlich bemerkt hatten. Auch hier gilt natürlich das gemäßigte Breitengrade-Paradigma. Wenn ich Blut überströmt oder in einem Ganzkörper-Hasen-Kostüm in die Uni gehe, kann ich ziemlich sicher sein, tatsächlich viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Zurück zu Verbrechen und Strafe. Die Symbolik des Beils als Raskalnikovs Tatwaffe entblößt einen Hang des Autors zum Archetypischen, zum Animalisch... Was? Ich dachte hier Dingens. Ach so, ne. Ne, okay, dann wälzen wir uns noch einmal kurz von der spezifischen Abschreckungs-Empirie in die generelle Abschreckungs-Empirie. Ein Mensch, dessen Vorname aus fünf Buchstaben besteht, von denen die ersten beiden R und O sind und dessen Nachname Hood ist, hat sich viel mit der Todesstrafe auseinandergesetzt. Die Todesstrafe lässt sich schwierig mit einem streng experimentellen Design untersuchen. Das liegt an dem übermäßig engen professionell-ethischen Selbstverständniskorsett vieler Psychologen, das in Ethikkomitees institutionalisiert ist und neugierigen Geistern der Freiheit beraubt, im Namen der Wissenschaft das Leben des Individuums in seiner Gänze der Selbsttranszendenz zu überantworten. Darum muss man bei diesem Thema mit dem arbeiten, was man hat. Und es gibt Länder, die bereit sind, ihre Bürger zu töten und Länder, die diese Bereitschaft im Laufe der Zeit aufgegeben haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Deutschland und Syrien vergleiche und sage, ja, guck, in Deutschland gibt es keine Todesstrafe und es wird weniger gemordet, dann habe ich ein Problem, das Wissenschaftler Konfundierung nennen. Das heißt, es bleibt unklar, ob und wie die geringeren Mordzahlen mit der Todesstrafe zusammenhängen, denn die beiden Länder unterscheiden sich ja auch in vielerlei anderer Hinsicht. Wenn man sich allerdings die Entwicklungen in vielen Ländern über mehrere Jahrzehnte hinweg anschaut, dann kann man schon Trends auf einem gesellschaftlichen Level erkennen. Die Welt ist stark im Umbruch, was die Todesstrafe angeht, und in den letzten Jahrzehnten haben viele Länder diese härteste aller Strafen abgeschafft. Andere haben sie strikt beibehalten und dann gibt es wiederum andere, die zwischendurch mal weich geworden sind und die Todesstrafe später aber erneut zurück ins Urteilsrepertoire geholt haben. Und es sind viele Kriminalitätsstatistiken aus diesen Ländern bekannt. Psychologen mögen solche fetten Datensätze gerne. Datensätze sind die Orakel der Sozialwissenschaft und in der Uni erlernt man unter anderem die Kunst, diesen Orakeln die richtigen Fragen zu stellen und anschließend die Antworten zu interpretieren. Die Antwort auf unsere Todesstrafenfrage könnte zum Beispiel ungefähr so lauten, die Partialkorrelation zwischen der Todesstrafe und der Kriminalitätsrate ist nicht signifikant von null verschieden. Und das lässt vermuten, dass Menschen offenbar nicht auf einmal anfangen, terrorstiftend durch die Straßen zu ziehen, sobald ihre Regierung sich die Möglichkeit nimmt, ihre Bürger zu hängen. Und es lässt vermuten, dass Menschen nicht mit einem Schlag zahm werden, nur weil sie auf einmal einer staatlich abgesegneten Lebensentweichung anheimfallen können. Die Wiedereinführung der Todesstrafe wirkt nicht abschreckend, sowie ihre Abschaffung nicht delinquenzsteigernd wirkt. Man muss allerdings anerkennen, dass die Todesstrafe großartige Leistungen im Bereich der spezifischen Abschreckung vollbringt, die wenigsten Täter werden nach der Urteilsvollstreckung rückfällig. Warum klappt das alles nicht? Psychologen forschen schon seit langer Zeit dazu, unter welchen Umständen Strafen Veränderungen im Verhalten nach sich ziehen, und die Ergebnisse dieser Forschung geben Hinweise darauf, was im strafrechtlichen Kontext problematisch sein könnte. Strafe funktioniert, wenn sie unvermeidbar ist, also wenn sie verlässlich auf das delinquente Verhalten folgt. Das ist in der Realität nicht der Fall. Nur etwa ein Dreihundertstel aller Straftaten, die laut Gesetzeslage inhaftierungswürdig sind, führen auch tatsächlich zu einer Inhaftierung. Strafe funktioniert, wenn sie zeitnah stattfindet. Gerichte brauchen manchmal ein bisschen. Strafe funktioniert, wenn sie hart ist. Oft gibt es nur Bewährung, die Rechtsprechung hat auch ihre Launen und Richterurteilen unterschiedlich. Und viertens funktioniert Strafe, wenn alternative Verhaltensweisen im Repertoire sind. Das wird gerne übersehen. Es macht nicht viel Sinn, jemandem etwas zu verbieten, wenn dieser jemand gar nichts anderes kennt und kann als das kriminelle Leben. Es ist grundsätzlich effektiver, Verhalten aufzubauen, anstatt zu versuchen, es zu löschen. Also nicht mit Strafen zu arbeiten, sondern mit positiven Verstärkern. Nicht mit Verboten, sondern mit Geboten. Im besten Fall ist das neu erlernte Verhalten dann auch noch inkompatibel mit der Delinquenz, sodass ich am Ende zu meinen Freunden, die mich fragen, ob ich wieder mit ihnen in den Park gehen und Popcorn auf Frauen Mitte 50 werfen will, sagen kann, Nee Jungs, heute nicht, ich backe gerade einen Kuchen oder was auch immer. Ein weiterer Grund, warum das mit dem Bestrafen nicht so gut klappt, ist, dass einige Vergehen Affekthandlungen sind. In den Momenten unmittelbar vor einer Tat befinden sich viele Delinquenten nicht in einem Geisteszustand, den man als besonders abschreckbar beschreiben kann. Im Ladendiebstahl-Business kann man die Anfänger von den Fortgeschrittenen ziemlich gut am Ausmaß der Sorgen unterscheiden, die die Leute sich machen. Neulinge bangen während der Tat viel darum, dass sie geschnappt werden könnten, während die alten Hasen solche Gedanken aktiv verdrängen. Im Großen und Ganzen lässt sich festhalten, dass die Größe des Abschreckungseffektes von Strafe sehr viel geringer und unter wesentlich weniger Umständen vorhanden ist als allgemein angenommen. Wenn diese Befunde Zweifel an der Nähe der konzeptuellen Verbundenheit von Verbrechen und Strafe aufkommen lassen, kann eine anschließende Frage sein, wenn das nicht funktioniert, was denn dann? Verbrechen und Hilfe? Verbrechen und Behandlung? Die Rechtspsychologie ist nicht nur querulant, sondern hat auch einige alternative Ideen zum Umgang mit Straftätern auf Lage. Aber für jetzt reicht es erstmal und ich entlasse uns in den Abschlusspathos diesmal featuring Gandhi mit freundlichen Grüßen. Ja.